Aus aktuellem Anlass folgt eine Ansprache von Alisha, acht Jahre alt. Hi, darf ich vorstellen? Ein Land voller Hidden Champions. Und nein, das sind keine Pilze, sondern die über tausend Firmen, die nicht jeder kennt, aber die auf der ganzen Welt zu den aller allerbesten gehören. Sie können Metallveredelung, Automatisierung, Lasertechnik. Und es geht weiter. 2023 gab es wieder mehr Neugründungen von Firmen. Und vielleicht gibt es ja auch wieder mehr Tore bei der EM. Von einem Hidden Champion, der sich nicht mehr versteckt. Hashtag Pink-Lila, hier sind wir! Deutschland, du bist besser als du denkst. Ein kleiner Hinweis deiner Radiosender.